Das World Wide Web. Verdammt, jetzt habe ich schon drei benutzt. World. Wide. Web. Okay, also ich habe zwei Worte bisher nur, deswegen sag du zuerst mal. Grave your dick in Doppelklick. Porn, Porn, Porn. Wissen. Gefahr. Und Spaß. Porn, Porn, Porn. Unfreundlich. Aber auch, wie soll ich sagen, wichtig, also beziehungsweise essentiell. Und zukunftssicher. Porn, Porn, Porn hättest du gesagt. Tatsächlich war das erste Wort, was mir eingefallen ist, auch Porn. Aber Porn, Peatsmeat und irgendwas anderes mit P will ich noch. Pommes. Globalisierung, Überwachung und Konnektivität. Porn, Peatsmeat und Pommes. Das ist das Internet. Porn. Bis zum nächsten Mal.